Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von It's Magic Time, unserem TCG Card Shop Sibulato. Und ich wollte noch übrigens was sagen, das ist mir nicht das letzte Mal tatsächlich entfallen. Die vorletzte und die vorvorletzte Folge, also Folge 34, 35, da hatte ich tatsächlich ein paar Probleme im Nachhinein. Die Folge waren erstmal weg. Und ich dachte, oh nein, ist verloren gegangen. Wo ist unser Mitarbeiter? Ja, unser Mitarbeiter. Und wenn zwei Stinky zur selben Zeit reinkommen, okay, dann hat unsere Anlage keine Chance. Der ist ja geil. Ist das nur ein kranker Typ? Erstmal kommt er 50 Minuten fast zu spät, 49. Oder einfach pünktlich ab, obwohl noch Kunden an der Kasse stehen. Der hat die richtige Arbeitseinstellung. Naja, die Folgen waren erstmal weg und dann musste ich sie suchen und dann waren sie auch nicht richtig benannt. Und ach mein Gott. Ich hatte auf jeden Fall schon gedacht, sie sind weg und ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. Was? Keine Spielmatte? Achso, also ich will eine bestimmte Spielmatte. Nee, ich hab nicht jede Spielmatte. Kauft mal ein bisschen Karten, okay? Wir müssen Miete zahlen. Oh Gott, das ist alles so viel Geld. Ach man, ich wünschte, ich könnte mitmachen. Habe ich einfach zu schnell kassiert? Wie teuer? Ich mach zwei Profit. Darf ich nur ein 50 Profit? Alter Leute, das lohnt sich ja kaum noch zu kaufen. Dann kann ich die alles selber öffnen. Oder ist die Marge wirklich so hart? Oh Gott. Die werden mir kaum noch verkauft bekommen. Ich hab das Gefühl, das will keiner mehr. Gut, dass ich schon mal umgestiegen bin. Heißt aber auch, wenn man nicht schnell genug seinen Laden erweitert und dann neue Sets verkauft. Gott. Was kostet denn die nächste Edition? Hier kann ich noch nicht mal. Hallo, Level 20? Das ist erst ein 3 Level und dann kostet es 2000. Oh Gott, die Kameroyenz wird uns platt machen. Oh, aber Raires wurden verkauft. Na, immerhin. Freut mich auf jeden Fall, dass euch meine Folgen gefallen und interessant. Das ist keine Folge. Also das ist doch nicht am 29. Jahr am meisten Aufrufe. Ich mag das Spiel so gerne. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber tatsächlich, wenn man durch... Vielleicht noch langsamer. Du guckst schon 1 Euro aus der... Fehlt nur noch, dass der sich verzählt. Aber man geht mal durch den Laden und sieht das, dass ich mal wusste und könnte sich denken, ah, sollte ich kaufen, sollte ich nicht kaufen. Ich entscheide mich tatsächlich im Laden. Tatsächlich meist dagegen. Weil ich mir denke, da sind sowieso meist nicht die Karten drin, die ich möchte. Bei Poki, das ist ja hier das, was hier ist, mag das tatsächlich sein, aber das ist mir... Da bin ich überhaupt nicht drin. Das tut mir ganz leid. Und hier erklärt mir ja auch keiner das Spiel. Vielleicht ist der Preis einfach mal zu heftig. Och, die Karte ist auch abgestürzt, ne? Sehr schade. Ui! Ich muss alle Preise einmal anpassen. Das finde ich jetzt noch okay. Die Rez sind jetzt weg, aber... Was passiert denn hier gerade? Okay, das macht wenig Sinn, ne? Ah, immer alles nur über Merchandise. Mann, ich wollte doch auch mal mit den Karten Geld machen. Ich habe das Gefühl, das wird nichts mehr. Die Preise sind so im Keller. Da verstehe ich aber, dass die meckern und sagen, die Preise sind zu hoch. Ja, komm, weg damit. Weg damit. Ja, okay, 8 Cent. Mein Gott, 8 Cent. Also, wenn sich darüber schon aufgeregt wird, ne? Ich weiß nicht, dann. 6 Cent. Im Kopf trotzdem keiner. Hier, wir senken die Preise. Der ist falsch. So. Habe ich nicht gesehen. Heute ist der Preishauer dran. Die gehen, finde ich noch. Die sind jetzt nicht... Ja, war tatsächlich gerade ein bisschen schwerer, weil ich fand jetzt 1 Euro nicht so... Oh Mann, der Preishammer schlägt zu. Der Preishammer schlägt zu. Wir machen kaum noch Gewinn. Also, ich glaube mal, ein Booster öffnen wird immer mehr... Das lasse ich so. Immer mehr Minusgeschäft. Am Anfang konnte man das, glaube ich, ganz gut machen. Aber inzwischen... Die Rare sind uns weggekauft worden, überraschenderweise. Ja, wenn ich jetzt auch wüsste, welche Karten ich da hingepackt habe, ne? Ach, 30 Cent ist völlig okay. 13 Cent wert. Ich möchte 40, das passt. Aber ich mache 30 draus. Ich bin ja hier nicht so, ne? Das ist völlig okay. Ist auch okay. Ich hätte mir aber merken sollen, welche Karte das war. Die haben wir so oft irgendwie. Die senke ich auch im Preis. Ich weiß, wenn ich das schon gemacht habe. Aber wie gesagt, wir haben die so oft gehabt. Das ist um dieser komische Lörder. Fuchs, du hast die ganz geklaut. Gib sie wieder her. Gib sie wieder her. Kauf doch meine Kamm entweck. Dann habe ich noch mehr. Weil dann kann ich Booster öffnen. Und dann habe ich noch mehr. 50. Na, das ist okay. Und? Kauf doch meine Kamm entweck. Dann habe ich viel mehr. Ich war alles stark reduziert. Ich sage ja, der Preushammer. Heute haben wir den Preushammer, Leute. Kann ich Werbung dafür machen? Rares haben wir keine mehr. Schade. Wir haben alle Rares verkauft. Spielen, spielen. Wir brauchen mehr Geld. Der macht bestimmt gleich Feier. Pass auf, der haut einfach ab. Oh, es wird dunkel. Ich muss nach Hause. Wie ist eigentlich die Qualität meiner Sprache? Also die Soundqualität. Ich hoffe, ich bin nicht zu echo-rig. Das wäre sehr, sehr schade. Weil hier ist gar kein Echo im Raum. Und ich habe sogar schon ein Pop-Pop-Pop-Filter auf dem Mikrofon drauf. Tatsächlich noch aus der guten DayZ-Zeit. Tja, wir machen Gewinn, 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 Gewinn. Kann ich mir irgendwie angucken, wie viele Gewinne ich hier pro Tag mache? Guck mal, alle gefallen. Die sind gleich geblieben. Die werden immer günstiger. Das Display wird teurer. Und die Booster bleiben gleich. Aber auch ein bisschen, 65 Cent sind die mir teurer geworden. Wie verkaufe ich die denn? Schon eine komische Summe. Aber immer noch völlig okay. Da muss ich nicht zum Glück jeden Tag aufpassen. Das ist die teuerste Karte. Eine ankammelnden Funkelfunkel. Ich liebe diese Karte, meine Freunde. Die ist so viel wert. Ah ja, der Standard. Oh, hier ist wieder eine weggekauft worden. Jawohl, wir werden die Karten los. Das ist gut. So, und deswegen. 85 Cent. Ich mal hier, der Preishammer. Heute muss alles raus hier. Heute muss alles raus. Hier, Abverkauf. Summer Sale. Man verlasst dir panikartig den Raum, weil ich hier Summer Sale mache. Alles muss raus hier. Oh, ich habe ein bisschen was zum Futter bekommen. Hm. Ich glaube das wohl auffällt, wenn ich mich dazu setze und hier Schleichwerber mache. Oh ja, die Karten sind so toll. Oh, nur die Preise. Mann, wenn ich nur jeden Tag hier sein könnte. Ehrlich. Interessant, dass sauber und ordentlich ganz alleine vom Körpergeruch meiner Kunden abhängt. Find ich jetzt aber nicht so, also im Verhältnis gesehen. Okay, okay. Wir ergleichen uns doch mal ein bisschen an. Weiß ich nicht. Aber alle Tische sind besetzt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen für einen Laden. Müssen wir natürlich auch verkaufen. Und wir brauchen dringend das Lager. Was? Wir haben die grünen Deckboxen nicht verkauft. Was los? Sind die Leute krank? Was können wir denn noch nachfüllen? Die normalen dunklen Würfel. Wenn wir die haben. Wenn wir die schwarzen. Wenn wir die haben. Was sind die blauen? Naja, immerhin einer. Weiß nicht. Ich glaube, wir haben gerade Wirtschaftskrise. Junge, Kassi ist schneller, aber guck mal, es ist nach 9 Uhr und er ist noch da. Wo ist er denn davor hingewiesen, dass er einfach weg war, wenn er doch länger bleibt? Ich hoffe, ich steige jetzt nicht wieder zu hoch ein. Naja, ein bisschen gehe ich schon runter. Wo ist das letzte Ausrufezeichen? Hm. Ich dachte, da wäre noch eins mehr gewesen. Und da ist abgehauen, ja. Schönen Feierabend. Oh Mann. So. Ich würde mal sagen, der Tag war ja mal ganz suche. Was war denn jetzt das? Ach ja, stimmt. Preisreduktion. Wir haben die Preise gesenkt. Stark gesenkt. Der Preishammer. Bin ich gerade gesprungen? Ah ja, mit Leertasten. Was für eine blöde Frage. Okay, dann würde ich mal sagen, beenden wir den Tag. Und gucken mal, wie zufrieden die Mitarbeiter, also die Kunden waren. Sieben. Naja, der weiß nicht so gut. Aber lass uns mal die Lieferkosten. Ich glaube, Lieferkosten sind nicht nur die Lieferkosten selber, wie das heißt, sondern Einkaufskosten. Die sind da drin, weil dann macht das für mich auch Sinn und das sind da nicht nur wirklich die Lieferkosten, die explizit drin stehen. Aber wir haben 1000 plus gemacht. Sehr geil. Dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Obwohl wir alles gesenkt haben heute. Wir haben alles versucht rauszuhauen. Dann hoffe ich, dass ihr an dem nächsten Tag wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, einen Daumen nach oben. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao.